Erstmal Hallihallo an alle, die das jetzt schauen, egal auf Twitch oder später dann auf YouTube in der Zukunft. Heute werde ich wieder eure unheimlichsten Erlebnisse vorstellen. Vielen Dank an alle, die mutig genug waren, etwas einzusenden. Wir haben heute sehr viele Content- und Triggerwarnungen, weil kein dieser Erlebnisse heute einfach ist und alle ganz, 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 ganz schlimm. Aber ich habe mir überlegt, dass ich für diesen Stream, und vielleicht werde ich es in Zukunft auch beibehalten, immer unten ein oder zwei Anlaufstellen reinblende, die halt mehr oder weniger zum Thema passen. Einfach, weil es mir auch wichtig ist, dass das hier nicht nur so gehört wird und dann war es das, sondern ich möchte ja auch einen Mehrwert mitgeben. Und ich möchte vor allem Personen zeigen, die in dem unmittelbaren Umfeld und in unmittelbarer Situationen wie die hier beschrieben sind, sind, dass die wissen, wie die Hilfe bekommen können. Und ich möchte auch allen Überlebenden von irgendwelchen traumatisierenden Erlebnissen die Hoffnung geben, dass auch im Anschluss noch Hilfe da ist. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Und wir fangen mit dem ersten Erlebnis an von C.A. Und da muss ich auch direkt eine Content-Warnung aussprechen. Es geht um Substanzabhängigkeit, um sexuelle Übergriffe und sexuelle Übergriffe gegenüber Minderjährigen. Und wie gesagt, das sind auch zwei Telefonnummern. Wenn ihr betroffen seid, holt euch Hilfe. Ich bin heute 23 Jahre alt und heiße Carol Ann. Zumindest hätte meine Mutter mich gern so genannt, aber mein Vater hat mir letztendlich nach meiner Geburt einen anderen Namen gegeben. Meine Eltern sind beide drohenabhängig. Mein Vater ist Alkoholiker und meine Mutter ist heroin- und amphetaminabhängig. Das garantiert für keine schöne Kindheit und die hatten meine Schwester und ich auch nicht. Doch für mich wurde es noch schlimmer, als sich meine Eltern trennten. Ich war damals zehn Jahre alt. Meine Schwester kam erst mal zu meinem Vater. Erst nach einem Jahr habe ich sie wieder gesehen, weil meine Mutter mich nicht mehr haben wollte und ich auch so zu meinem Vater musste. In dem Mehrfamilienhaus, in dem wir lebten, gab es auch einen jungen Mann, in den sich meine Schwester verliebt hatte. Nach einiger Zeit kamen sie zusammen und er wurde ein guter Freund meines Vaters. Ich nenne ihn Freund meiner Schwester hier Hendrik. Er war jetzt jeden Tag bei uns und redete viel mit mir. Ich muss sagen, ich schäme mich sehr dafür, was ab da an passiert ist. Ich war einsam, hatte nie wirklich in der Schule oder bei meiner Familie Anschluss gefunden. Auch habe ich mich oft mit meiner Schwester gestritten. Also kam es so, dass Hendrik mein Halt war. Er war damals 21 Jahre alt und er gefiel mir auch. Zur Erinnerung, ich war damals zehn Jahre jünger als er. Immer wenn meine Schwester aus dem Zimmer ging, küsste er mich und sagte, dass er mich mehr lieben würde als meine Schwester und dass ich so toll wäre, ich aber niemandem was sagen dürfe. Heute weiß ich, dass er ein pädophiles Schwein ist und mich manipuliert hat, aber damals dachte ich, dass ich ihm wichtig wäre und dass er nett sei. Nach kurzer Zeit wollte mich aber meine Mutter wiederhaben und ich wohnte bei ihr, bis ich zwölfeinhalb Jahre war. Dann kam ich gestörter und verletzlicher wieder zu meinem Vater, der inzwischen neu geheiratet und ein Haus gemietet hatte. In diesem hatte auch Hendrik ein Zimmer, weil er arbeitslos geworden war und seine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ich bekam mein Kinderzimmer genau gegenüber seinem Zimmer im ersten Obergeschoss. Meine Schwester hatte ihr Zimmer im Erdgeschoss und sie hatte auch einen neuen Freund. Nachts schließt sich Hendrik zu mir ins Bett und befummelte mich. Einmal sagte er zu mir, er liebe, Zitat, kleine Teenie-Tittchen. Ich hatte nicht mal einen Ansatz an Busen. In dem Moment, in dem ich 13 wurde, wollte Hendrik mit mir im Garten zelten. Mein Vater wollte, dass mein Stiefbruder mit mir im Zelt schläft. Er meinte eine Zeit lang danach, das hätte er getan, um mich zu schützen. Er wusste schon damals, was Hendrik von mir wollte. In dieser Nacht hat Hendrik mich neben meinem Stiefbruder vergewaltigt. Er sagte immer wieder, dass ich nicht schreien dürfte, sonst hätte ich niemanden mehr, der mich liebt. Nachdem es vorbei war, ging ich ins Haus und stellte Sachen in meinem Zimmer vor die Tür und ging schlafen. Die nächsten Tage hat mich Hendrik ignoriert und sagte mir einmal, dass ich daran schuld bin. Er hätte mich nicht lieben dürfen. Wenn ich was sage, dann sehen wir uns nie wieder und sein Leben wäre dann kaputt. Circa vier Tage später sagte ich meiner Schwester, was passiert war. Sie sagte es meinem Vater und er war wütend auf mich, während ich immer nur, warum ich immer nur Ärger mache. Jetzt muss das Jugendamt gemeldet werden und wir müssten zur Polizei. Ich musste eine Aussage machen, wobei der Polizist sehr gleichgültig mir gegenüber war. Ich musste auch das erste Mal zum Frauenarzt. Dort hat man mir die Verletzung erklärt, obwohl ich das nicht hören wollte. Hendrik hat letztendlich Therapie statt Strafe bekommen und ich einen Schaden für mein ganzes Leben. Ich kann heute immer noch nicht zum Frauenarzt gehen. Ich habe solche Angst, mich auf den Stuhl zu setzen. Ich bin dadurch und auch noch durch die vielen anderen Sachen von PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung und Depressionen sowie Angststörungen betroffen. Ich kann mein Leben ohne Betreuung nicht führen und bin arbeitsunfähig. Zum Glück habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern und lebe dadurch etwas besser. Wenn euch sowas ansatzweise widerfährt, holt euch bitte Hilfe. Ihr seid nicht daran schuld. Das stimmt, ihr seid nicht daran schuld. Das ist eine super ekelhafte Masche von Tätern und auch vom Umfeld, das keine Verantwortung übernehmen möchte oder das immer noch so veraltete Bilder hat von wegen, was hast du denn angehabt? Hast du ihm etwa falsche Signale gesendet und so weiter? Das ist ekelhaftes Victim Blaming, das ist absolut frauenfeindlich und es ist nicht eure Schuld. Es ist aber schwer, in so einem Moment für sich selbst einzustehen, wenn man sowieso schon gebrochen ist und wie hier die Person komplett alleine gelassen wurde von allem und gar keinen anderen festen Halt hatte. Das passiert leider öfter, als man sich vorstellen will und deswegen habe ich jetzt auch hier nochmal Hilfenummern eingeblendet. Und ich muss dazu sagen, ihr könnt euch ja auch jederzeit an den weißen Ring wenden. Also die helfen euch zum Beispiel auch finanziell, wenn ihr umziehen müsst, weil ihr zu nah am Täter wohnt. Die helfen euch beim Gerichtskosten, die helfen euch Anzeigen zu erstellen, die helfen euch bei ärztlicher Untersuchung und die führen so psychologische Erstgespräche mit euch. Die helfen euch, dass ihr eine Traumabar, also Traumatherapie bekommt und und und. Der weiße Ring ist extra dafür da. Also es ist halt nur super schwer, den ersten Schritt zu machen und sich Hilfe zu holen. Und ihr seht ja, dass so etwas ein Leben komplett zerstören kann, was super schrecklich ist. Carrie-Anne, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, dass du eines Tages halbwegs Normalität wieder in dein Leben kriegst. Es ist einfach furchtbar schrecklich, was dir passiert ist. Das nächste Erlebnis ist von A.S. und ich habe euch, ja wie gesagt, gewarnt am Anfang. Es wird heute richtig schlimm. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Content-Warnung, sexualisierte Gewalt, Körperverletzung, Stalking und Gewalt gegen Schwangere. Meine Geschichte hört sich heute rückblickend an wie ein schlechter Horrorfilm, nur dass er real war. Ich war 16, als ich meinen ersten festen Freund hatte. Zwar war anfangs alles schön, aber das sollte sich schnell ändern. Mein Freund entpuppte sich als reiner Psycho. Aus diesem Grund trennte ich mich von ihm. Ich hielt seine Spieche nicht mehr aus. Jedoch wusste ich damals noch nicht, dass der Terror erst anfing. Er stalkte mich regelrecht, drohte mir immer wieder, mit sich etwas anzutun, wenn ich ihm keine Chance mehr gebe. Eine Chance, mir zu beweisen, dass er sich geändert hat, dass es ihm leid tut. Das ging irgendwann so weit, dass ich zur Polizei ging, weil ich nicht mehr weiter wusste. Aber wieder stand ich an einem Punkt, an dem mir niemand glaubte. Wieder war ich diejenige, die im Fokus stand, die hinterfragt wurde. War es meine Schuld, dass ich mich von ihm getrennt habe, dass ich all meinen Mut zusammengenommen und Nein gesagt habe? War es meine Schuld, dass er die Trennung nicht akzeptiert hat? Dass er sich zu einem Stalker entwickelt hat? Habe ich ihn dazu gebracht? Diese Fragen haben mich immer wieder und wieder beschäftigt. Heute sind die Gesetze in Bezug auf Stalking und häusliche Gewalt zum Glück besser, aber damals, da hatte man mir gesagt, dass man keine Zeit habe, sich um Beziehungsprobleme zu kümmern und sie Wichtigeres zu tun hätten. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. Du nimmst deinen Mut zusammen und gehst immer wieder zur Polizei und wirst weggeschickt. Als es zu spät war, da kamen sie und dann fragten sie, warum ich nicht eher gekommen bin. Ich muss dazu sagen, mit zu spät meine ich, dass ich damals schwanger war, von meinem damaligen Partner. Mein Stalker fand es heraus und war der Meinung, dass mich niemand haben dürfte, wenn er mich nicht haben kann. Er hat mich vergewaltigt, nicht zum ersten Mal. Aber dieses Mal hat er mir, wie er sagte, ein Abschiedsgeschenk gemacht, indem er mir ein Messer in den Bauch gerammt und mich dann liegen gelassen hat. Spaziergänger haben mich gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Wie durch ein Wunder haben wir beide überlebt, jedoch hatte mein Kind nach vier Monaten den Kampf verloren. War er als Strafe, was er als Strafe bekam? Sozialstunden und ein Kontaktverbot. Er war doch unzurechnungsfähig. Na klar, schwere Kindheit und so. Ich bin dann weggezogen und habe mir ein neues Leben aufgebaut. Meine Familie wohnt heute noch in dem kleinen Ort und auch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich sie besuche. Ich hatte Glück im Unglück und bin ihm entkommen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ihm noch zum Opfer fielen. Aber eins habe ich gelernt. Ich werde nicht mehr schweigen. Auch wenn mich die Polizei erst viel zu spät ernst genommen hat, so habe ich mir meinen Weg zurück ins Leben erkämpft. Und ich will allen Frauen da draußen sagen, es ist nicht eure Schuld. Ihr könnt nichts dafür. Diese Männer haben versucht, uns kaputt zu machen, aber wir sind stärker. Unsere inneren Dämonen werden wir immer bei uns tragen. Die Namen auf unserem Körper und unserer Seele sind ein Teil von uns. Aber sie zeigen uns auch, dass ihr all jene, die uns gequält, gefoltert, gejagt haben, überlebt haben. Dass sie uns nicht gebrochen haben. Vergesst das niemals. Ihr seid es sehr, dass man euch gut behandelt. Dass ihr ernst genommen werdet. Dass ihr es schaffen könnt, euch aus diesen Fängen zu befreien. Das sind wirklich richtig, richtig starke Worte. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich schrecklich, was dir passiert ist. Also, jeden dritten Tag gelingt es einem Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden Tag in Deutschland versucht ein Mann, seine Partnerin zu töten. Es passiert jeden Tag. Und das hat nichts mit Religion oder mit der Herkunft zu tun, sondern es hat etwas mit dem Denken zu tun, der Männer, dass sie sich über die Entscheidung einer Frau stellen können. Dass sie vermeintlich höher stehen, dass sie vermeintlich einen Anspruch auf eine Frau haben, dass das Nein einer Frau nicht so sehr zählt, wie der Wunsch eines Mannes doch mit der Frau zusammen zu sein. Wenn ein Mann das Nein einer Frau nicht akzeptiert, dann wird das wirklich problematisch. Ja, und ich glaube, sehr viele Frauen von uns haben so etwas schon erlebt. Zum Beispiel, wenn man die Nummer nicht rausrücken will, dann versuchst du einfach, du lernst mich doch erstmal kennen. So fängt es ja schon an. Da wird ja schon das Nein nicht akzeptiert. Und wenn sich dann in der Beziehung herausstellt, dass der Partner oder auch die Partnerin schwer gestört sind, dann kann man sich ziemlich oft schon darauf einstellen, dass die Trennung richtig, richtig schlimm wird. Und so war es ja hier auch. Also das ist ja wirklich das Krasseste überhaupt, was passieren kann. Und ich bin so froh, dass du das überlebt hast und dass du jetzt so starke Worte dafür findest. Es ist auch sehr wichtig, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass es immer mehr ins Bewusstsein von allen anderen Leuten um uns herum auch reinkommt, dass Frauen das Opfer ernst genommen werden, dass Stalking kein Kavaliersdelikt ist und dass es kein Liebeswahn ist, sondern dass das schwere Verbrechen sind. Und dann sieht man ja, worin das enden kann. Bei dieser Einsendung habe ich jetzt mal das Heimwegtelefon unten eingeblendet. Es gibt immer mal wieder verschiedene Angebote von so Nachhause-Telefon, Heimwegtelefon und so weiter, die dann immer mal existieren oder nicht mehr existieren. Leider habe ich da keinen Überblick, aber soweit ich weiß, existiert das noch. Und da steht ja auch, von wann bis wann die erreichbar sind. Speichert euch die Nummer sehr gern ein. Soweit ich weiß, arbeiten die auch mit einer Polizeidienststelle zusammen. Das heißt, egal wo ihr in Deutschland seid, ihr sagt dann einfach euren Standort, wo ihr hinwollt. Und ihr sagt auch regelmäßig, an welcher Ecke ihr jetzt seid. Das wird alles notiert. Und währenddessen unterhalten sich die Leute, die am Telefon mit euch quatschen, ganz normal, sodass ihr keine Angst habt. Es kann trotzdem passieren, dass euch was passiert. Es geht nicht darum, euch zu schützen. Es geht darum, dass man weiß, dass euch was passiert ist. Und dass man sofort intervenieren kann und nicht erst Tage später, wenn irgendjemand euch als Samist meldet. Dass man ganz genau weiß, wo euch das passiert ist. Das klingt wirklich super zynisch, aber es gibt sonst keine andere Möglichkeit. Ja, ich dachte zu dieser Einsendung vielen Dank an J.T. passt es vielleicht. Aber vielleicht auch nicht ganz. Aber nur, dass ihr es mal wisst, speichert euch das ruhig ein, die Nummer. Wer weiß, wann ihr es braucht. Content-Warnung, hier geht es um eine versuchte Entführung. Mir ist in der zweiten oder dritten Klasse Folgendes passiert. Ich war auf dem Fußweg von der Bushaltestelle nach Hause. Wir gingen immer in Grüppchen mehrere Kinder und gelegentlich bug dann jemand aus der Gruppe ab, um sein Haus anzusteuern. Ich war nur noch mit meiner Freundin unterwegs, als wir bemerkten, dass uns ein Auto folgte. Das war erstmal nicht ungewöhnlich, da der ca. 500 Meter lange Weg quer durch verschiedene Straßen einer 30er-Zone führte. Ein langsam fahrendes Auto wäre also nicht sofort aufgefallen, aber dieses Auto war extrem langsam. Ich fand es jedoch noch nicht gefährlich. Meine letzte Wegbegleiterin wohnte direkt an der Einbiegung zu der Straße, in der ich wohnte. Zum besseren Verständnis möchte ich eine kurze Beschreibung vorweg schieben. Ich wohnte am Ende einer Sackgasse. Meine Freundin wohnte am Anfang der Straße. Meine Straße hatte eine Parallelstraße, die ich nie nach Hause ging, weil es schneller war, direkt in meine Straße einzubiegen. Meine Straße und die Parallelstraße waren zwar Sackgassen, aber wenn du ein Haus in meiner Straße hattest, dann stand dieses Haus genau zwischen den kleinen Straßen und war aus beiden Richtungen erreichbar. Ich habe also meine Freundin verabschiedet und geistesgegenwärtig gedacht, wenn das Auto mich verfolgt, dann sollten die nicht wissen, wo ich wohne. Ich bin also statt in meine Straße den Umweg gegangen und bin in die daneben gelegene Straße eingebogen. Das Auto kam hinterher. Ich lief in der Mitte der Straße und es fuhr ganz langsam hinter mir her. Kurz vor Ende der Straße bin ich so schnell ich konnte über den Zaun in den Garten einer Nachbarin gesprungen und bis nach vorne gerannt, wo sie ihre Haustür hatte, denn das war wieder meine Straße. Dann bin ich so schnell ich konnte die letzten Meter zu mir nach Hause gelaufen. Das Auto hatte ich abgeschüttelt, denn die konnten gar nicht so schnell umdrehen, wie ich gelaufen bin. Zwei Tage später hat ein Autofahrer versucht, ein Nachbarskind in sein Auto zu ziehen. In der Parallelstraße. Sie entkam nur, weil sie glücklicherweise einen Gipsarm hatte und dem Mann damit eine runtergehauen hatte. Zunächst, sorry, dass sie so auf das Wort Straße fiel und einige Wochen zuvor war der Mörder Dieter Zorweme mutmaßlich bei uns in der Gegend gesehen worden. Er war wohl aus dem Gefängnis ausgebrochen oder so. Allerdings meinten damals jeden Tag Leute, sie hätten ihn irgendwo gesehen. Aber Gott sei Dank war dieser Typ der Grund dafür, dass viele Eltern ihre Kinder sehr gut aufgeklärt haben und sie für so etwas sensibilisiert haben. Ja, liebe Eltern, klärt eure Kinder auf, übt das mit denen, vielleicht mit Freunden auch, die die noch nicht kennen. Es ist zwar immer mal so ein bisschen verpönt, aber wenn Kinder das nur gesagt bekommen, ist was anderes, als wenn sie einmal die Erfahrung gemacht haben und in einem kontrollierten, sicheren Umfeld das geübt haben, ohne dass sie wissen, dass es ja gerade eine Übung ist, dass sie einmal gelernt haben, den Mut zu haben und zu sagen, nein, ich steige nicht ein, ich rede nicht mit Fremden oder zu anderen gehen und sagen, dieser Mensch möchte mich in mein Auto locken. Das ist nämlich ganz wichtig. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr froh, dass das gut ausgegangen ist für dich und auch für das andere Kind. Ganz, ganz, ganz gruselig. Also ich glaube, das ist auch die Angst von allen Eltern, dass irgendjemand kommt und das Kind auf dem Nachhoseweg wegschnappt. Gerade wenn man nicht dabei ist und das Kind schon so selbstständig ist, dass man es in die Welt rauslassen kann und da draußen lauert dann so eine Gefahr. Ja, es gibt auf YouTube so einen Beitrag von einem Typen, der war früher Polizist und der klärt heute Familien auf und hilft das an Schulen und hilft auch privat, Kinder dafür zu sensibilisieren. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, vielleicht weiß das jemand von euch und kann das mir auch nochmal so schreiben. Da geht er zu, oder spricht das mit den Eltern ab, dass die mit denen auf den Spielplatz gehen und die Eltern lassen die Kinder in Ruhe spielen und der Mann sagt, er schafft es immer, ein Kind mitzunehmen vom Spielplatz. Also nur zur Übung für die Kinder, dass sie wissen, die dürfen nicht mitgehen. Die wissen nicht, dass das eine Übung ist. Und die Taktik von diesem Mann ist zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin von der Polizei, du musst jetzt mitkommen. Oder eine andere Autoritätsperson spielen. Also nicht sagen, ich bin ein Freund von deinen Eltern, das klappt vielleicht manchmal, aber was sehr sicher klappt. Und das müsst ihr euren Kindern auch sagen. Wie krass das ist, dass ein Typ einfach auf den Spielplatz geht und sagt, ja, ich bin von der Stadt hier und du hast hier den Spielplatz schmutzig gemacht, du musst jetzt erstmal mitkommen. Und die Kinder sind dann eingeschüchtert und gehen mit. Und zack, Kind entführt. Es ist wirklich krass. Also wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die eure Kinder noch nicht kennen, übt das vielleicht erstmal, dass das Kind wirklich lernt, bei jeder Situation Nein zu sagen. Wenn ein Freund eurer Familie wirklich das Kind abholen will, dann vereinbart mit eurer Familie ein Code. Ein Wort, das nur ihr kennt. Das vielleicht ein kleiner Insider ist. So was wie Bananenpudding oder so was. Und diesem Freund, der wirklich euer Kind abholt, dem gebt ihr das Passwort, sodass das Kind das dann verifizieren kann. Und dann weiß, mit Fremden gehe ich nicht mit, aber diese Person scheint wirklich nicht fremd zu sein. Ganz schwierig. Wie macht man es richtig? Aber vielleicht kennt ihr die Videos da auf YouTube. Oder wenn nicht, vielleicht findet ihr sie und dann könnt ihr sie mal gucken. Um dann mal zu sehen, wie einfach das ist. Und das waren alles Eltern, die gesagt haben, meine Kinder gehen nicht mit. Vielen Dank, C.C. für deine Einsendung. Es ist schwer, aber es ist wichtig. Und auch für den Mut, den du aufgebracht hast. Bei dieser Sache geht es auch um Suizid. Es geht auch um sexualisierte Gewalt, um psychische Störungen. Ich hätte noch viel mehr Nummern einblenden können. Kein Täter werden. Weißer Ring. Ich denke mal, wir sollten hier auf jeden Fall beim Opfer bleiben. Deswegen der Weiße Ring. Und der Weiße Ring hilft euch, wie gesagt, an ganz vielen Belangen. Bei ganz vielen schwierigen Wegen, die Opfer haben. Also die sagen nicht nur, wir helfen dir, einen Therapieplatz zu finden. Sondern die helfen auch finanziell. Zum Beispiel, das habe ich vorhin schon erzählt, umzuziehen. Wenn man in der Nähe des Täters wohnt. Hilfen bei Gerichtskosten. Hilfen, Anwalt zu finden. Hilfen, die helfen bei den medizinischen Untersuchungen, die gemacht werden müssen. Die helfen bei ganz viel. Also das ist, ihr seid nicht allein. Ihr seid wirklich nicht allein. Aber schöner wäre natürlich, wenn es nicht zu einer Situation kommt. So. Es war ein Tag in den Sommerferien in Köln. Ich war 16 Jahre alt und auf dem Weg zu einem Emo-Treffen, weil das so derzeit mein Style war. Mein bester Freund Tom holte mich vom Bahnhof ab und wir gingen in den Rheinpark. Ich habe keinen Alkohol getrunken, da meine Mutter mir beigebracht hatte, dass nicht alle Männer so nett sind wie mein bester Freund. Am Abend verabschiedete ich mich von Freunden und neuen Bekannten. Dann ging ich Richtung Bahnhof und erschreckte mich, als mein bester Freund mich von hinten umarmte. Er war leicht angetrunken und fragte, ob ich ihn nach Hause bringen könnte. Nach langer Überlegung sagte ich, dass ich ihm helfen würde und fuhr mit ihm also Richtung Dormagen, was eine halbe Stunde mit der S-Bahn von meinem Wohnort entfernt lag. Als wir ausgestiegen waren, nahm er meine Hand und zeigte mir den Weg. Ich hatte schon ein komisches Gefühl, aber ging weiter mit. An der Haustür sagte ich Tschüss umarmte ihn und wollte gehen, doch er ließ nicht los und sagte, dass ich noch mit reinkommen sollte, weil ich nach dem nächsten Zug schauen sollte. Ich ging mit rein, um am PC zu schauen, wann der nächste Zug kommt und musste feststellen, dass dies erst in einer Stunde war. Er gab mir eine Cola und ich setzte mich auf das Sofa. Mir wurde ganz komisch. Und dann war ich weg. Als ich aufgewacht bin, sah ich an mir runter und ich blutete unten herum und ich wollte schreien oder weinen, aber es ging nicht. Dann sah ich meinen besten Freund in der Ecke sitzen. Nackt. Er weinte und sagte, er wollte das nicht. Er, es wollte die Stimme in seinem Kopf. Ich nahm meine Klamotten und ging nackt in den Hausflur, zog mich an und ging zitternd Richtung Bahnhof. Ich fuhr nach Hause und weinte den ganzen Tag. Meine Mutter fragte, warum ich blutig bin und ging mit mir zur Polizei. Das war das Schlimmste für mich. Ich fühlte mich dreckig und schämte mich. Mein bester Freund kam in eine psychiatrische Einrichtung und nahm sich nach einem Brief an mich das Leben. Ich konnte erst mit 20 wieder eine Beziehung führen und intim werden. Konnte ich erst mit 24. Ein Wort zum Schluss. Geh zur Polizei. Ich weiß, es ist schwer, aber es ist wichtig. Das ist so traurig und so schlimm. Die nächste Einsendung ist von T.J. Vielen Dank dafür. Eine Lücke im System. Es ist eine extrem außergewöhnliche und total berührende und auch verstörende Einsendung. Das, was du erlebt hast, das kenne ich sonst nur aus Crime Time. Ich habe im näheren Umfeld eine Mutter, die Ähnliches macht, aber mit ihrem Kind. Das ist ja Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Hier geht es um das Münchhausen-Syndrom. Ich habe mal die Nummer der Telefonseelsorge eingeblendet. Weil ich, glaube ich, gar nicht weiß, was für eine Anlaufstelle man bei sowas oder sowas Ähnlichem anlaufen sollte. Also, wie der Titel sagt, eine Lücke im System. Es gibt nicht wirklich sonst irgendwas, wie man das machen kann. Das ist halt aber auf jeden Fall richtig, richtig toll, dass du das mit uns teilst, dass man mal das auch thematisieren kann. Konsentwarnung, es geht um Suizidalität und um psychische Störung. Kennt ihr dieses Gefühl der kompletten Hilflosigkeit? Dass egal, was ihr tut oder macht, es keinerlei Auswirkungen hat. Selbst verzweifeltes Schreien, Betteln und Weinen ändert einfach nichts. Komplette Machtlosigkeit. Das ist das unheimlichste Gefühl, was ich jemals hatte. Und deshalb hoffe ich, dass es für dein Format geeignet ist, liebe Kati. Ich hatte dieses Gefühl, als ich um das Leben meiner Mutter gekämpfte. Sie hatte keinen Herzinfarkt oder Krebs oder dergleichen. Nein, sie war psychisch krank. Aber es waren auch keine Depressionen oder reine Suizidwünsche. Es war so viel komplexer und es haben so viele Leute zugesehen, wie sie in ihr Verderben gerannt ist. Was ist also passiert? Im Nachhinein betrachtet gab es sehr viele kleine Momente, die zeigten, dass etwas nicht stimmte. Einer der ersten Momente war vor meiner Geburt, als meine Mutter plötzlich unter Rheuma litt. Das war kurz nachdem meine Oma väterlicherseits ebenfalls die Diagnose bekommen hatte. Meinem Vater kam das sehr merkwürdig vor, da sie zuvor nie über Schmerzen geklagt hatte, aber er nahm es einfach so hin und auch ich glaubte es sehr viele Jahre. Die angeblichen Diagnosen wurden erst nach meinem Auszug 2014 besorgniserregend. Sie hatte scheinbar unerklärliche Schmerzen und deshalb, auch aufgrund des Rheumas, dachte sie, sie hätte Fibromyalgie. Das ist eine chronische Schmerzerkrankung. Nicht mal ein Jahr später bekam sie plötzlich Krampfanfälle. Sie ging erst davon aus, es sei MS, also Multiple Sklerose, eine Entzündung des Nervensystems. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Hamburg wollte sie mit der Bahn abends nach Hause fahren. Die Bahn fiel allerdings aus und deshalb erlitt sie einen heftigen Krampfanfall und wurde wieder ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund ihrer schlechten Verfassung hatte man sie vorläufig in einen Rollstuhl gesetzt. Welche Begründung es gab, warum sie dann aber mit Rollstuhl entlassen wurde, weiß keiner so genau. So wurde aus dieser vorübergehenden Lösung etwas Langfristiges. Das alles nur anderthalb Jahre, nachdem ich ausgezogen war und sie als ziemlich fitte Frau zurückgelassen hatte. Es reifte eine weitere Diagnose, an der sie lange Zeit festhielt. Sie hätte Dystonie, eine neurologische Bewegungsstörung, die durch unwillkürliche Muskelbewegung gekennzeichnet ist. Ich fuhr mit ihr zu etlichen Ärzten, aber die meisten wiesen sie ab. Keiner wollte ihr diese Diagnose so richtig glauben. Einer der Gründe war, dass ihre Krampfanfälle gerade dann häufig anfingen, wenn man sie beim Lügen erwischte. Und sie log oft. Über ihre Krankengeschichte, über ihre Schulbildung, ihren Beruf und vieles mehr. Sie hatte sich eine eigene Realität erschaffen, in der sie scheinbar glaubte zu leben. Und in dieser Realität hatte sie Dystonie. Ende 2018 ungefähr kam die nächste schlechte Nachricht. Sie hätte irgendeinen Arzt überzeugen können, dass sie aufgrund ihrer starken Schmerzen Morphium bräuchte. Ab diesem Zeitpunkt, bis sie starb, bekam sie täglich hohe Dosen. Welcher Arzt das abgesegnet hat, ist unklar und es gab immer wieder Ärzte, die sich weigerten, ihr ein Rezept auszustellen. In der gleichen Zeit fingen die ersten Probleme mit dem Kauen und Essen an. Sie war überzeugt, sie bräuchte eine Magensonde. Es dauerte ewig, bis ein Arzt tatsächlich das Okay gab. Doch auch nach der OP gab es wieder Probleme, da es sich entzündete, sie die Sonnennahrung nicht vertrug oder die Tropfgeschwindigkeit zu hoch war. Dazu kamen dann irgendwann auch noch Probleme mit dem Toilettengang. Mitte 2019 saß sie nun fest im Rollstuhl, hatte eine Magensonde, einen festen Katheter und war stark schmerzmittelabhängig. Und in diesem Zeitraum, ich hatte gerade die 13. Klasse erreicht, ich bin sehr jung ausgezogen, kam ein Anruf. Sie müsse sterben, weil sie krank sei. Mir war zwar nicht klar, an welcher Krankheit es jetzt liegen sollte, aber natürlich war ich schockiert und glaubte ihr selbstverständlich. In dem Jahr verlor sie auch ihre Wohnung, da sie sich weigerte umzuziehen und zu wenig Miete zahlte. Die Vermieter klagten sie also raus. Ab da war sie wohnungslos und zog in die Einzimmerwohnung von ihrem Freund, der sie pflegte. Bei den Medikamenten, die sie bekam, hätte dies eigentlich eine professionelle Pflegekraft machen müssen, aber sie wollten Geld sparen und deshalb übernahm er es. Aufgrund ihrer tragischen Diagnose kam sie auf eine Palliativstation. Dort sollte unter anderem nochmal eine Behandlung für die Magensonde stattfinden. Als sie sie an einem Tag besuchte, war sie sehr sauer, denn die Ärzte würden mal wieder ihre Arbeit nicht richtig machen und sie nicht ernst nehmen. Aus diesem Grund bat sie mich, in der Visite bei ihr zu bleiben. Was der Oberarzt dort sagte, riss mir den Boden unter den Füßen weg. Meine Mutter sei nicht todkrank. Sie wäre überhaupt nicht krank. Ihr kompletter Zustand sei selbst herbeigeführt und noch könnte man sie wieder kerngesund hinbekommen, wenn sie sich nicht weigern würde. Meine Mutter verließ vor lauter Wut über die angeblichen Lügen das Zimmer und ich war allein mit dem Oberarzt und der Stationspsychologin. Ich stellte viele Fragen, da ich es gar nicht so recht glauben konnte und bat ihn mir zu sagen, was wir nun machen könnten, um mir zu helfen. Ich bekam keine Antwort, weder von ihm noch von der Psychologin. Ich durfte mir nur ein paar mitleidige Worte anhören. Nachdem ich ein Gespräch mit meiner Mutter geführt habe, in dem sie natürlich das Gegenteil behauptete, versuchte ich Informationen zu sammeln, wie ich ihr helfen könnte. Während meiner Abiturprüfung kam sie ins erste Hospiz. Sie wolle durch Sterbefasten ihr Leid beenden. Zu dem Zeitpunkt gab es keine offizielle Diagnose, dass sie sterben würde und nur ein einziger Bericht, der ihr chronische Schmerzen assistierte. Die Berichte, die das Gegenteil behaupteten, nahm meine Mutter nicht mit ins Hospiz. Trotzdem hatte man ihr ohne ihre Angaben zu überprüfen, das Sterbefasten genehmigt. Das Personal hat erst interveniert, als sie trotz des aktiven Sterbefasten aß. Ich war in der Zeit häufig bei ihr, um sie anzuflehen, das nicht zu tun. Immerhin gab es keinen Grund dafür, dass sie sterben müsse. Ich redete mit dem Pflegepersonal, den Ärzten und den Psychologen. Man hat mich erst ernst genommen, als sie offensichtlich darüber log, dass sie nichts gegessen habe, obwohl man sie dabei gesehen hatte. Man hatte versucht, mit ihr zu reden. Immerhin hätte sich das Personal gefreut, wenn sie doch wieder einen Lebenswillen gehabt hätte. Aber sie bestand darauf. Sie wollte unbedingt sterben. Deshalb bat sie um eine Sedierung, damit sie nicht mehr gegen die Versuchung, essen zu wollen, ankämpfen müsse. Natürlich hat man ihr diesen Wunsch verwehrt. Man suchte nun doch das Gespräch mit mir wegen dieser Sache. Ich erzählte von dem Oberarzt und vielen weiteren Ärzten, die psychologische Probleme diagnostiziert hatten. Und erst dann wurden Unterlagen aus den anderen Krankenhäusern und zum Beispiel von der Palliativstation angefordert. Die Feststellung des Hospizes war nun, dass sie, wenn sie nicht sterben möchte und ich chronisch krank sei, dort nicht zu suchen hätte. Auf meine Fragen, was ich jetzt mit meiner scheinbar suizidgefährdeten Mutter, die jedes Gespräch mit einem Psychologen oder Psychiater ablehnte tun solle, wurde mir mal wieder erklärt, dass sie es nicht wussten und mir nicht helfen könnten. Ich rief nach dem Hospiz sämtliche Hilfsorganisationen für psychische Probleme an, nur um jedes Mal dasselbe zu hören. Man könne mir nicht weiterhelfen. Ich beschloss, um das Wohl meiner Mutter eine Vormundschaft zu beantragen. Aber aufgrund der Corona-Krise schickten das zuständige Gericht keine Gutachter. Und meine bloßen Erzählungen und bisherigen Arztbriefe reichten nicht aus, damit der Fall ernst genommen wurde. Erst bei einem eindeutigen psychologischen Gutachten, was sie die Selbstgefährdung attestiert, würde man tätig werden. Aber niemand wollte dieses Gutachten schreiben oder uns anderweitig helfen, obwohl meine Mutter nach wie vor sterben wollte und weiterhin massiven Raubbau an ihrem Körper betrieb. Ich konnte nur zugucken, denn selbst mein Bitten und Flehen, sowohl bei ihr als auch bei jeder anderen Stelle, half nicht. Es gab das letzte Hospiz, in dem erst mal genau das Gleiche passierte wie im Ersten. Doch ich schaffte es, die Leitung des Hospizes überzeugend mir zu helfen. Man vereinbarte mit meiner Mutter, dass sie dort bleiben durfte, wenn sie für zwei Tage in eine psychiatrische Klinik geht. Die Psychologen vor Ort wollten kein Gutachten machen. Und sich gutachten lässt. Ich musste wahnsinnige Überzeugungsarbeit leisten, damit sie diese tatsächlich tat. Ich schaffte es, indem ich ihre Realität mitspielte und ihr erklärte, das Hospiz müsse sich absichern, da sie ja keine klare Diagnose hätte. Aber sie müsse ja schließlich nichts befürchten. Immerhin sieht man ja, dass sie krank wäre und es seien ja auch nur zwei Tage. Sie hatte gerade das erste Gespräch mit dem Psychologen vor Ort durch, als sie die Psychiatrie Hals über Kopf verließ. Niemand hielt sie auf und es wurde kein Bericht über ihren Aufenthalt geschrieben. Das Hospiz nahm sie nicht wieder auf, aber sie konnte auch nicht mehr in die Wohnung von ihrem Freund, da ihm diese wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. Sie kam also in eine Obdachlosenunterkunft, da sie sich nach wie vor weigerte, eine neue Wohnung zu suchen. Es gäbe schließlich nichts, was ihren Vorstellungen gerecht werden würde und sie wollte keinen Kompromiss eingehen. Ich konnte nicht mehr und ich wusste nicht mehr, was ich noch tun sollte oder was ich versuchen kann. Ich hatte alles gegeben und konnte trotzdem keinen Erfolg erzielen. Aufgrund dieser völligen Verzweiflung und Trauer brach ich den Kontakt zu meiner Mutter ab. Ich hoffte still und heimlich, dass sie dies endlich dazu bewegen würde, sich in psychologische Hilfe zu begeben, aber das tat sie nicht. Ungefähr ein Jahr hörte ich nichts von ihr, bis mich die Polizei anrief. Ihr Körper war mit den ganzen Strapazen nicht mehr klargekommen und sie starb am 6. Dezember 2022. Durch viele Recherchen für die Gespräche mit den Einrichtungen und Krankenhäusern stieß ich auf eine Diagnose, die ihr Verhalten zu 100% beschreibt. Es war die Diagnose des Münchhausen-Syndrom. Allerdings konnte dies niemals offiziell bestätigt werden, da trotz diesem Verdacht kein Psychologe gegen ihren Willen mit ihr sprach. Obwohl jeder, der mit ihr zu tun hatte, feststellte, dass sie wohl psychische Probleme hatte, wollte niemand die Verantwortung für sie übernehmen und überließ sie dem Todesurteil. Das sogenannte Münchhausen-Syndrom ist eine artifizielle Störung, bei der betroffenen Krankheitssymptome vortäuschen oder sich sogar selbst schädigen, indem Krankheitssymptome hervorrufen. Die Motivation dahinter ist oft unklar. Vermutlich besteht das Ziel daran, die Krankheitsrolle einzunehmen und von verbundenen Vorteilen zu profitieren. Die Störung ist häufig mit starken Persönlichkeits- und Beziehungsstörungen verbunden, was die Einsicht in die wahre Krankheit erschwert. Betroffene lehnen psychologische Hilfe oft ab. Ich muss erst mal sagen, Respekt, das während des Abiturs zu machen, als junger Mensch gerade anfängt, das eigene Leben zu leben, so reif und erwachsen zu sein und sich so für die eigene Mutter einzusetzen. Du hast alles versucht, du hast wirklich alles versucht und wie du sagst, es ist eine Lücke im System. Du kannst niemanden gegen seinen eigenen Willen festhalten oder einweisen, es sei denn, diese Person ist stark suizidgefährdet. Und auch dann ist es halt immer nur so für nicht so lange. Also es ist halt wirklich schwierig, als außenstehende Person oder als Familienangehörige psychologische Hilfe oder generell Hilfe zu bekommen, wenn die Person das nicht möchte. Und es gibt Erkrankungen, bei denen es keine Chance gibt, die Person zu überzeugen. Das sind diese wahnhaften Krankheiten. Es ist sowas wie Münchhausen. Das ist ganz schwierig. Sprich, die Personen, die machen sich extra krank oder tun so. Aber noch gefährlicher ist, wenn die sich extra krank machen, wenn die Substanzen zu sich nehmen, die schlimme Nebenwirkungen hervorrufen, sodass Krankheiten simuliert werden. Schwierig ist es auch beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wenn Eltern, also überwiegend Mütter sind das, ihre Kinder krank machen, um sich dann aufopferungsvoll um die zu kümmern. Das ist auch ganz schwierig als außenstehende Person, das irgendwie nachzuweisen oder da Hilfe zu holen. Das kann ich nämlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich sogar mit Internetaktivistinnen, die sich für Kinderschutz einsetzen, lange überlegt habe, was man machen kann. Man kann als außenstehende Person kaum was machen. Man kann kaum was machen. Diese Person, wenn Ärzte merken, dass das alles nicht echt ist, dann gehen die Person zu anderen Ärzten. Meine Freundin zum Beispiel, die angeblich ein sehr krankes Kind hat, was aber nicht krank ist, die geht gar nicht mehr zum Kinderarzt. Die geht nur noch zu ihrem Dorfhausarzt. Und das Kind ist mit anderthalb bei einem Allgemeinmediziner gewesen und wurde dort behandelt, weil die Kinderärztin die ganze Zeit, wir haben die gleiche Kinderärztin, die Kinderärztin Gott sei Dank hinterfragt hat. Aber die gehen so lange, bis keiner mehr hinterfragt. Und das ist zum Beispiel auch hier das Problem gewesen, bei der Mutter mit dem Münchhausen-Syndrom. Es fühlt sich keiner verantwortlich und selbst Leute, die sich verantwortlich fühlen, haben nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Denen sind die Hände gebunden. Man kann die Mutter nicht gegen ihren Willen behandeln, man kann sie nicht festhalten, es sei denn, sie hat wirklich akute Suizidversuche gemacht oder geäußert. Aber das so Verstecken hinter ich möchte sterben, weil ich so leide, ist schwierig, das eben zu rechtfertigen und diese Person zum Beispiel einzuweisen. Und Angehörige werden leider damit alleingelassen. Die Frage ist halt nur, was macht man? Früher wurden besonders Frauen gegen ihren Willen in Anstalten oder Sanatorien festgehalten, wenn sie hysterisch waren, wenn sie unliebsam waren. Da reicht es einfach, wenn der Ehemann sagte, behalten Sie die mal. So, die ist hysterisch. Deswegen gibt es ja mittlerweile so viele Freiheiten für Patienten und Patientinnen, dass die das selbst entscheiden. Aber bei solchen Störungen ist das eben schwierig. Ja. Also, das ist auch was ganz Seltenes und zum Glück, aber es kommt vor. Und das ist was ganz Dramatisches, weil man diesen Personen nicht helfen kann, weil die das nicht verstehen oder einsehen, weil sie auch davon überzeugt sind. Und zum Beispiel in Mönchhausen ist auch so, da bekommt die betroffene Person Aufmerksamkeit und Liebe und da wird man umsorgt, weil man so krank ist. Ja. Und das steckt halt immer noch was anderes dahinter. Ja. Es gibt auch Menschen, die sich wirklich wünschen, das sind auch eine Störung, die sich zum Beispiel wünschen, dass sie im Rollstuhl sitzen. Ganz, ganz schlimm, weil diese Personen manchmal sich dann extra was antun, damit sie im Rollstuhl sitzen. Einfach, um sich krank zu fühlen. Aber das macht ja keiner freiwillig. Das ist halt dann wirklich eine Störung und die muss behandelt werden. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Es ist ja auch noch richtig aktuell. Es ist ja von einem halben Jahr erst passiert. Also auch mein Beileid dafür und ich wünsche dir ganz viel Kraft. Das letzte Erlebnis. J.de hat uns allein zu Hause geschickt. Vielen Dank dafür. Das ist jetzt ein Thema, der geht zum Einbruch und das ist etwas so vor. Richtig, richtig, richtig viele Leute wirklich allein der Gedanke Angst haben und das zu Recht. Man ist vielleicht nicht zu Hause und jemand bricht ein. Und das ist wirklich eine, auch eine psychische Verletzung, die Opfer von Einbrüchen erleben, weil die sich vielleicht nie wieder sicher fühlen können und weil deren sicherer Ort in der Form beschmutzt wurde, dass da jemand war oder denen Dinge weggenommen hat und die sagen, ich bin mal unschuldig und dann passiert mir sowas. In dem Fall, was jetzt kommt, das ist noch, das ist wirklich richtig gruselig. Das Folgende geschah, als ich als Kind ausnahmsweise für einen Abend allein zu Hause war. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, einen Abend für mich allein zu sein. Damals war das noch ein Abenteuer, schließlich war ich noch jung. Meine ältere Schwester, die nicht mehr bei uns wohnte, kam vorbei, um mit mir Abendbrot zu essen, musste dann aber wieder nach Hause, um ihre eigenen Kinder ins Bett zu bringen. Sie sagte mir noch, dass ich vor dem Zu-Bett-Gehen bitte die Türen abschließen sollte. Ich sagte ihr zu, dies zu machen, doch vor dem Schlafen ging ich noch unter die Dusche. Kurze Zeit später ging es los. Ich hatte gerade die Dusche abgestellt, weil ich ein Auto auf den Hof hatte fahren hören. Ich trocknete mich ab, zog mich an und ging in das neben dem Bad liegende Schlafzimmer meines Vaters. Ich legte mich aufs Bett und nahm das Handy in die Hand. Auf einmal hörte ich, wie unsere Haustür aufging. Ich hatte im Haus bereits das Licht ausgemacht. Neben dem Schlafzimmer lag die Küche, von dort hörte ich nun Schritte und das Klappern von Besteck. Ich weiß, dass das nicht so schlau war, aber ich war damals eben auch noch sehr jung. Ich bin dann jedenfalls, als ich keine Schritte mehr hörte, in die Küche gegangen. Neben der Küche im Flur hing ein Spiegel, über dem man die nach oben führende Treppe sehen konnte. Ich stand direkt neben der Tür und sah über den Spiegel, dass dort Schatten waren. Es war nicht mein Schatten, das heißt, derjenige, dessen Schatten war, war hinter Küchentür oder aber oben, am Ende der Treppe. Nach ein paar Stunden hörte ich noch Treppenstufen, wahrscheinlich als die Person das Haus wieder verließ. Ich habe außerdem draußen ein Auto stehen sehen, in dem noch eine Person saß. Als die erste Person aus dem Haus ging, fuhren die beiden aber nicht weg. Stattdessen gingen sie in die Scheune und machten dort das Licht an. Anschließend gingen sie zum Auto zurück und fuhren mit Vollgas weg. Das waren einige Stunden, in denen ich wirklich Angst hatte. Keine Ahnung, was diese Leute wollten. Gruselig. Und das als Kind, das hätte auch richtig schief gehen können. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Junge, Junge, also das fand ich richtig, richtig, richtig gruselig. Ja, was will man da als Kind machen? Sich verstecken? Kann man Hilfe rufen? Heutzutage haben die Kinder ja Smartphones und können dann vielleicht was machen. Aber vor einigen Jahren gab es noch keine Smartphones für Kinder und man kann ja immer mal ein Kind zu Hause lassen. Ich glaube so, ab sieben Jahren, ich habe vor kurzem TikTok dazu gesehen, ich glaube, ab sieben Jahren kann man Kinder ruhig mal so zwei bis vier Stunden allein lassen. Zwei Stunden vielleicht. und dann so ab 13, eigentlich ein bisschen länger, aber real talk, alle Eltern, die alleinerziehend sind, müssen ihre Kinder leider schon früher allein lassen, wenn die arbeiten müssen und Kind schon früher von der Schule kommt und so weiter. Und abends, wenn man mal keinen Babysitter findet und irgendwo hin muss als Elternteil oder das Kind schon so reif ist, dass man sagt, ja, wir können nicht allein lassen, wir können heute mal woanders hingehen, aber wenn man denn sowas wird, dann wird einem schon ganz anders. Also ich bin wirklich froh, dass da nichts passiert ist. Dir jedenfalls nicht und ganz unheimlicher, fürchterlicher Gedanke. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Wenn ihr auch was einsenden wollt, was ihr erlebt habt, deine Minusgeschichte at kathiewinter.de da könnt ihr mir was schicken und vielleicht stelle ich das ja dann am nächsten Stream vor.